P3 Die Burg Greifenstein, besser bekannt als Saulos, ist eine Burgruine hoch über der Terlaner Fraktion Siemeich und liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Jenesien in Südtirol. Lage Die Ruine der Spornburg liegt auf einem fast allseitig steil abfallenden Geländesporn am Tschökelberg. Geschichte Die Burg wird 1158 erstmals urkundlich genannt. Arnold III Graf von Bozen war damals auch Graf von Morit und Greifenstein. Die Burg wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bei den Kämpfen zwischen Graf Meinhard II von Tirol-Gürz und dem Bischof von Trient weitgehend zerstört. Im späten 14. Jahrhundert kam die wieder aufgebaute Anlage in den Besitz der Herren von Starkenberg, nachdem der letzte Angehörige der Familie von Greifenstein namens Friedrich in der Schlacht von Sempach 1386 gefallen war. Den Beinamen Saulos erhielt die Burg der Legende nach als Herzog Friedrich IV. Von Österreich Tirol die Burg 1423 über mehrere Wochen zur Niederschlagung der Tiroler Adelsopposition belagerte. Die belagerten unter ihnen Oswald von Wolkenstein, der ein Lied über diese Episode verfasste, warfen Friedrich und seinem Herr angeblich ein gebratenes Schwein hinab, um zu verdeutlichen, dass ein Belagerungserfolg durchaus hungern ausgeschlossen sei. Tatsächlich seien die Belagerer daraufhin abgezogen, nicht ahnend, dass das gebratene Schwein der letzte Proviant der Burgbesatzung war. Bei der hier geschilderten Belagerungslist handelt es sich allerdings um eine weit verbreitete und sehr alte Wandersage, die sich bereits bei Ovid findet. Die erste schriftliche Überlieferung zur Greifensteiner Sauloslegende ist aus dem Jahr 1737. Die Burg Greifenstein wurde im Auftrag von Herzog Friedrich IV. zweimal belagert. Bei der ersten Belagerung im Frühjahr 1418 wurde die Burg nicht eingenommen. Der Ausfall, von dem Oswald von Wolkenstein in seinem Greifensteinlied berichtet, dürfte sich auf diese Belagerung beziehen. Die zweite Belagerung begann im Frühjahr 1423 und dauerte bis November 1426. Nachdem Wilhelm von Starkenberg die Burg Anfang des Jahres verlassen hatte, übergaben sie seine Knechte am 27. November 1426. Nach der Übernahme durch die Habsburger übernahmen landesfürstliche Pfleger die Burgverwaltung, so 1451 der Bozener Amtmann Franzisk Schiedmann, Pfleger auf Greifenstein. Anlage vom Tal aus sieht die große Ruine wenig beeindruckend aus. Erst auf dem Gelände wird deutlich, dass die ehemals sehr starke Anlage ausgedehnt ist und durch eine weiter unten am Burgfels liegende große Vorburg geschützt war.